Ich muss erst mal den XAM starten. Ohne Server geht natürlich nichts. Das ist jetzt die letzte Version. Wir haben das schon mal vorinstalliert. Also die Installation an sich ist ja, ich denke mal, die kennen ja die meisten Leute. Zum Beispiel gibt es dann immer die Frage, warum gibt es denn da diese Target-Sets und die normale Zips? Ist es von Interesse, warum das so ist? Also es ist so, wenn man einen normalen Standard-Server installiert, dann hat er immer 2 MB Upload-Limit für die Dateien. Das heißt, jeder Installer von Joomla darf maximal 2 MB groß sein. Und das ist natürlich sozusagen recht schlecht für uns, weil unser Programm recht groß ist. Und es ist so, mit diesem Target-Set, da bleiben wir unter den 2 MB. Es gibt aber Server, die können das Target-Set nicht auspacken. Und deswegen bieten wir wieder das Zip an. Damit die Leute, die das Target-Set nicht können, aber die ihren Server größeres Upload-Limit einstellen können, dass sie auch sozusagen den normalen Installer benutzen können. Ja, jetzt will er irgendwie hier wieder updaten. Später neu starten. Ansonsten ist ja die Installation einfach nur hier so ein Ding hier anklicken. Und einfach auf hochladen, installieren, drücken und fertig. Danach zeigt er immer irgendwelche Messages an. Meistens zeigt er da an, welche Datenbanken er verändert hat. Weil jede Installation hat auch Datenbankänderungen. Also so wie bei Virtual Mat 1, ich setze mal an die Tabelle hier noch was dran und hier noch eine Spalte dran. Und das funktioniert dann. Und beim nächsten Update ist immer noch alles da. Ist nicht so. Wir haben eine Korrektur eingebaut. Es geht eigentlich darum, dass wenn wir gemerkt haben, oh, wir haben einen Fehler. Zum Beispiel, das mit dem Runden ist nicht aufgegangen, weil wir nur vier Nachkommastellen gespeichert haben. Dann haben wir eben ein Modul geschrieben, was beim Installieren immer ausgeführt wird. Auch beim Update immer ausgeführt wird. Was das sozusagen für einen macht und dafür sorgt, dass die Tables immer automatisch auf dem letzten Stand sind. Dadurch können wir die Tables immer optimieren und immer anpassen und mehr auf Indexes zupacken. Wenn man jetzt sowas selber machen will, dann gibt es hier hinten unter Aktualisierung, Migration, ein paar neue schöne Buttons, die schöne Dinge machen. Und zwar installiere Tabellen oder falls notwendig, aktualisiere diese. Das ist ein ganz wichtiger Button auch für den normalen, für jeden Webentwickler eigentlich, wenn er das schon mal benutzen will. Weil wenn was nicht funktioniert beim Installieren, weil man mit Joomla Probleme hat. Es gibt da so schöne Backup-Softwares, die manchmal Probleme machen. Also Akeba Backup Pro zum Beispiel, diese Restauration Points, die muss man einfach nur abschalten. Dann geht es auch wieder alles wunderbar. Aber das springt, macht irgendwas mit der Session und da plötzlich funktionieren die Sachen, die wir machen, bei der Installation offensichtlich nicht, weil die Rechte nicht mehr da sind. Also das Akeba Backup Pro ist zwar an sich eine schöne Sache, aber leider für die Installation muss man es abschalten. Die Restaurationspunkte zumindest. Also da gibt es ja unten, nehme Joomla den normalen Standard-Joomla-Installer. Das einfach anklicken und dann läuft es wieder. Wenn man das nicht kann, kann man auch einfach Vergemart diesen, Moment, ach, das ist jetzt hier. Das ist voll verwirrend, ich muss noch da rausgehen, um dort zu erscheinen. So ein Installer, der ist eigentlich, der hat genau die Struktur, die wir auch im Joomla haben. Das heißt, man hat den Administrator-Verzeichnis, den Components-Verzeichnis, den Install-Language-Verzeichnis. Man kann also einfach dieses Zeug hier einfach nehmen, hoch schieben per FTP, bei Joomla auf Discover gehen, dann findet er das. Das kennt ihr ja unter Erweiterung, das ist Discover in Joomla 2.5. Und danach drückt man auf Installiere Tabellen oder falls notwendig, aktualisiere diese und dann macht er für allem alles. Also man kann, das ist jetzt sozusagen die manuelle Installation, falls man Probleme hat. Das ist ja eigentlich sozusagen der Sinn des Workshops, weil die normale Click & Punch-Installation, die kennen wir ja alle, macht eigentlich selten Probleme. Hier haben wir jetzt noch eingestellt, dass wenn man das nutzen will, dass man hier das erstmal aktivieren muss. Das lag daran, dass viele Leute gesagt haben, ich kenne meine Kunden und wenn da irgendwas zum Knopfdrücken ist, dann drückt er drauf. Und da muss eine Warnung kommen und das muss ich dem auch verbieten können und so weiter. Deswegen haben wir das hier eingebaut. Dann gibt es jetzt hier noch einen neuen Button, Mini-Bilder zurücksetzen. Der ist relativ wichtig, wenn man einen alten Shop hat. Früher haben wir die Thumbnails immer in der Datenbank abgespeichert, den Pfad dorthin. Und dann war sozusagen ganz klar, okay, der nimmt das immer von dort. Dann habe ich aus Sicherheitsgründen, wegen diesem Multi-Vendor, damit also jeder Joomla-User erlaubt ist, seine eigenen Bilder hochzuladen für seine Produkte, damit es auch immer schön sicher ist und der nicht, also unser erster Mambo vor Jahren, als ich da mit Mambo angefangen habe, wurde gehackt durch eine Galerie. Da hat da jemand statt einem Bild ein Skript hochgeladen und zwar ein paar Verzeichnisse weiter oben. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich solche Sachen behindern und deswegen wird das Verzeichnis jetzt immer erstellt. Das heißt, wir speichern bewusst den Pfad zum Thumbnail in der Datenbank nicht mehr ab, sondern der wird immer nach dem Standard erstellt. Und wenn man das aber von früher noch drin hat, dann ist soweit alles in Ordnung, kann man so lassen, braucht man sich nie mit befassen. Wenn du sagst, von früher meinst du eine alte Version oder andere? Von früher meine ich jetzt die Version 2.0.18. Also nicht die 1.0. Nicht die 1.0. Sondern schon die, wenn man jetzt mit dem neuen angefangen hat. Man kann das alles so lassen, man braucht sich damit sozusagen eigentlich gar nicht groß beschäftigen. Braucht ihr das jetzt? Ich erkläre noch gerade, worum es wichtig wird, wenn man jetzt sozusagen einen Älteren hat, einen Virtual Mart, der jetzt ein halbes Jahr alt ist oder so. Wenn man nämlich hier die Breite umändert, dann passiert nichts. Warum? Der schaut nach und sagt, hey, da steht ein Pfad drin. Bei dem Pfad, da ist eine Datei. Ich mache nichts. Diese Mini-Bildbreite und Mini-Bildhöhe, die gilt immer nur für die neue Thumbnail-Generation. Immer nur für die neuen. Deswegen haben wir das hier so umgeändert, weil jetzt ist es so, man kann jetzt damit spielen. Da legt dann halt für jede Pixelgröße sozusagen immer neue Thumbnails ab, weil er den Pfad nicht abspeichert. Man kann aber immer noch weiterhin, weil der Jörg zum Beispiel hier, den kennt ihr vielleicht aus dem Forum, der hat ja einen Shop für Printmedien. Und der will seine Thumbnails selber generieren. Weil er sagt, wenn ich die Bilder da, die mir meine Künstler da schicken, als Thumbnail mache, dann hat man meistens oft nur so einen Fleck. Und deswegen muss ich das selber machen. Ja, mit tiefen, schärfen Matrix und keine Ahnung was. Alles ganz kompliziert. Und deswegen geben wir halt auch die Möglichkeit, dass man die Thumbnails selber machen kann, selber hochladen kann und die vom System erkannt werden und auch nicht überschrieben werden. So. Dann, was gibt es jetzt noch zu der Konfiguration? Also, falls es noch interessant ist, gibt es ja noch diese, das hier mit der Konfiguration, aber ich glaube, das ist für die meisten eher uninteressant. Damit kann man seine Konfiguration auf eine File schreiben und das holt er dann immer aus der Datei raus. Und das ist interessant für Leute, die zum Beispiel für Hoster, die ihre eigene Art Wörtschirmart-Distribution machen und sagen, hier in meinem Land brauche ich immer die und die Einstellungen. Die stelle ich immer schon mal ein, damit mein User nicht immer drüber stolpert. Oder stelle ich schon immer mal den Safe Path ein, weil ich weiß, in meinem Hosting kann ich diesen Safe Path genau bestimmen. Safe Path ist ein Begriff. Der sichere Pfad für die Rechnungsadressen. Okay. Gut, machen wir gleich. Hier bei der Migration gibt es verschiedene, das ist von Wörtschirmart 1, da gibt es jetzt übrigens aber auch kommerzielle Produkte, die es ein bisschen besser machen. Weil das mit der Migration ist natürlich immer nicht so einfach. Methoden und Leute, die es so gebaut haben und wieder so gebaut haben und die haben wieder den Wörtschirmart 1.1 und die anderen haben Wörtschirmart 1.4 und wieder 1.9 und die haben wieder hier was extra reingebaut. Für die meisten Leute ist nur wichtig, dass manchmal gibt es eben die Supportfrage, ich kann nichts machen, ich bin nur noch ganz normaler User, ich habe keinen Vendortab, ich habe keinen Invoice-Tab, ich kann nichts abspeichern. Dann liegt es manchmal daran, dass der Ladenbesitzer durch irgendwas flöten gegangen ist. Und dann kann man hier sozusagen einfach eine ID eingeben, das ist eine Funktion, die wird selten benutzt. Und dann hier auf Kunden, wo ist denn das hier, den genaue Tab öffnet. Das macht er irgendwie nicht. Das ist ja ärgerlich. Naja, muss ich es so machen. Windows 8 hat zum Beispiel die komische Angebote, da alles dazuzufügen. Und dann nimmt man hier die ID, die 1000. Man kann jetzt, wenn ich jetzt hier auf den Admin gehe, der ist jetzt auch der Verkäufer. Dann sieht man, hier gibt es Verkäufer, Rechnung, Zusatzinformationen. Das ist genau dasselbe, wenn ich hier auf Shop klicke. Weil Shop einfach nur den Hauptverkäufer zeigt. Wenn ich jetzt einlogge als ein anderer Administrator und ich klicke auf Shop, dann sehe ich das hier. Von dem anderen Hauptbenutzer. Und wenn ich auf Benutzer gehe, dann sehe ich, ach hey, das ist ja nur der Hauptbenutzer. Und wenn da hier diese Tabs fehlen, das passiert manchmal. Wir wissen noch nicht genau warum. Meistens sind es immer Leute mit komischen Hosting und komischen Sachen, die sich im Forum verzweifelt melden. Also im deutschen Forum habe ich es ehrlich gesagt auch fast noch nie gehabt. Dann kann man jetzt sozusagen hier die 1000 eintragen, auf Ladenbesitzer einrichten, drücken und dann geht wieder alles. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Dann gibt es noch ein paar standardgrundlegende Sachen, die nicht so viel mit Word Schmer zu tun haben, sondern eher mit Joomla. Also was wir hier gemacht haben, dass wir uns hier Admin nennen, nenne ich immer, das ist der Noob-Fehler schlechthin. Es gibt einen Grund, warum das so ist, dass der angezeigte Name nicht der Login-Name ist. Der Login-Name ist das halbe Passwort. Und Admin ist das Standard-Passwort sozusagen. Also das Erste, was ihr immer machen solltet, ist, ihr richtet einen neuen User ein, schaut unten auf die IP, auf die ID von dem, macht einen neuen Ladenbesitzer einrichten, richtet das alles auf einen neuen Besitzer ein und benutzt diesen Account Admin einfach am besten deaktivieren. Das ist ganz gefährlich, weil das ist echt der Standard-Attack. Und wenn man schon mal den Login-Namen nicht weiß, ja, wie gesagt, das ist das halbe Passwort. Und das Schöne ist, einen Login-Namen kann man auch ganz einfach machen, ganz einfach gestalten und bringt einen Dotzin eine hohe Sicherheit. Also wenn ich jetzt sozusagen Max Milbers nehme, dann ist es immer noch sicherer als Admin, obwohl der sogar vielleicht weiß, dass ich Max Milbers heiße. Wenn ich dann noch groß und klein schreibe und dann noch Freizeichen drin habe, das ist dann sozusagen immer noch sicherer als einfach Admin zu nehmen. Und auch bei den Passwörtern ist es so, immer wieder beim Support habe ich die Kunden, die haben ein fünfstelliges Passwort, ganz, ganz kompliziert. Ja, zwei Stunden gehackt, ne? Das ist völlig egal, wie kompliziert das ist, es ist immer zwei Stunden gehackt. Das nützt also gar nichts. Viel besser man nimmt, meine Mama liebt mich, ja? Das ist viel sicherer. Es hat zwölf Buchstaben, bis man herausgefunden hat, dass es passend war, zwölf Buchstaben hat, sind schon zwei Jahre vergangen. Das ist eine ganz andere Sicherheit. Also wichtig, langes Passwort, lieber einfach, lieber simpel zu merken, langes Passwort nehmen und nicht Admin nehmen. Das ist ganz wichtig. Das gilt für alle, für jede Joomla-Anwendung, das gilt für jede Computeranwendung sogar, ja? Das gilt auch für euren Linux, Mac oder Windows-Account. Dann gibt es noch eine Sache, das wird sich vermutlich bald ändern, aber das heißt bald in einem halben Jahr. Aber momentan ist es immer sehr wichtig, die Leute haben hier immer Standard-Session-Zeit von 15 Minuten eingestellt. So, da gibt es Cross-Site-Scripting, je länger die Session-Zeit ist, desto einfach kann man Cross-Site-Scripting machen. Stimmt, richtig. Trotzdem, 15 Minuten ist ein bisschen knapp. Dann stellt sich das so vor, da schmeißt jemand was ins Card rein und ruft dann an und sagt, hey, beim Ehepartner von dem Beschenkten sagt, ist das auch das richtige Geschenk für bla bla bla? Dann schwätzt man so und dann sagt man, ja, ja, ist das richtige Geschenk, drückt man Kaufen und sagt Card weg. Ausgelockt. Session-Time-Over. Das ist furchtbar nervig, also gerade im Shop, ja? Deswegen sollte man da schon ein bisschen mehr geben. Ja, also ich sage immer so 60 Minuten ist eigentlich ganz gut, wer mutig ist, kann auch zwei Stunden eintragen, ja? Also, aber mehr als zwei Stunden muss dann auch nicht sein. Aber ein Telefonat dazwischen sollte schon Platz haben und nicht alles aus dem Warenkorb sein. Weil der Warenkorb wird in der Session gespeichert und wenn die Session-Zeit eben so kurz ist, ist er natürlich weg. Kann man nicht ändern. So. Dann hier sind die Leute mal ganz versessen mit ihrem Cash und verwechseln und vergessen immer, dass ein Markt ja nicht statisch ist. Also wenn einer einen Katalog nutzt, also die Griechen, die nutzen Virtual Mart ganz viel als Katalog. Da ruft man dann an per Telefon und bestellt. Das ist echt witzig. Die können statische Seiten benutzen. Weil da ist immer alles gleich. Aber der Witz ist ja eigentlich in Virtual Mart 2, dass er eben in verschiedenen Currencies das einem anzeigen lassen kann. In verschiedenen Sprachen anzeigen lassen kann. Und dass man auch so Sachen hat wie, das ist ein guter Kunde, der kommt jetzt schon zum zehnten Mal, den habe ich jetzt in eine Gruppe reingesteckt, wo er immer ab alles 5% Preisnachlass bekommt. Und der Content ist also dynamisch. Da sagen die Leute, ja, gibt es doch den coolen erweiterten Cash. Der ist doch pro Person. Der Cash pro Person ist für fast alle Seiten nutzlos. Weil jede Seite erstmal langsam ist. Weil sie ja dann gecached wird. Und nur beim zweiten Aufruf ist es schnell. Und wie oft ruft denn ein User zweimal die gleiche Seite auf? In einem Markt. Wurde durch die Produkte browse. Die einzige Seite, die er öfters aufruft, ist die Hauptseite, das Card. Alle anderen Seiten werden dadurch langsamer. Und deswegen sagen wir, lasst die Caches weg. Die machen nur Ärger. Was genau noch witzig ist, wenn man den normalen Cash aktiviert ist, dann kann es passieren, dass ein User auf den wahren Korb geht und sieht den wahren Korb vom anderen Nutzer. Klar, weil es gecached ist. Und das Caching vom Joomla eben beim normalen Caching nicht guckt, welcher User ist das. Und dann müsste man das wieder rausnehmen, das Card aus dem Caching. Und dann merkt man, muss man das rausnehmen und das rausnehmen. Dann gibt es ein Jota-Cache. Und das kann das dann irgendwie. Und dann machen die Leute ewig lang rum und haben 5% oder 10% Geschwindigkeitsgewinn. Ich habe da eine Woche dran geschraubt. Und es ist auch noch fehleranfällig. Deswegen sagen wir, lasst das Caching einfach weg. Also wenn, dann muss man auf Apache-Ebene cachen. Oder auf der Ebene des Servers. Nicht das Joomla selbst. Das lohnt nicht wirklich. Wir cachen ein bisschen was. Zum Beispiel den Kategoriebaum. Den cachen wir. Ja, den man rechts sieht. Und Module. Aber, und werden so, ich glaube, das Routing wird noch gecached. Zum Teil hat einer eingebaut. Also das SEM, diese Links. Aber das... Aber das sind dann die Caches, die da so gemacht sind. Ja, wir benutzen den Joomla-Cache. Also wenn man auch bei Joomla... Das ist jetzt der Joomla-Cache, der ausgeschaltet wird. Das ist der Joomla-Cache, der ausgeschaltet wird. Und dann sagt man sich, naja, und jetzt gehe ich mal hier drauf. Und dann sind da ja doch Caches. Und das ist hier eben einmal der Kategoriebaum. Und das ist die Währungs... Wie heißt das auf Deutsch? Fällt es nur Englisch ein? Ja, die Währungsumrechnungstabellen. Exchange Rates. Die cachen wir auch. Weil da geht es um die Frage, wie kriege ich das Ding immer sozusagen viermal am Tag neu. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Cache-Option genau das perfekt macht. Da hat man einen schönen Timer, wo das abläuft. Und es wird schön abgespeichert in den Pfeilen. Und das muss man halt immer von dort wiederholen. und die viermal am Tag erneuern. Oder man macht so Sachen, dass man das genau startet. Also eigentlich muss ja nur einmal am Tag erneuert werden. Aber wir haben uns halt überlegt, wie kann man es so machen, dass egal wann einer das installiert, das immer passt. Egal ob man es um 11.00 Uhr nachts installiert oder um 8.00 Uhr morgens. Es wird einmal einmal der Nacht ausgeführt. Exchange Rates Update. Und ist dadurch immer für den nächsten Tag neu. Bis jetzt morgens um 5.00 Uhr oder um 3.00 Uhr ist das ja relativ egal. Es geht ja nur morgens um 8.00 Uhr, wenn die Kunden sozusagen haben. So. Das war eigentlich das Allgemeine. Was gibt es noch? Gibt es noch irgendwas Allgemeines? Ja. Ja, das ist ja nicht allgemein. Das ist ja schon wieder Virtual Word Konfiguration. Aber genau richtig. Da wollte ich jetzt auch drauf hin. So. Das ist ja sozusagen der alte Standard. Ich denke mal, gibt es dazu Fragen, warum wir das so haben? und was das ist? Das ist also für ein Live-Debugging. Benutzen wir relativ oft. Wenn wir hatten, es gibt manchmal echt Sachen, das gibt es nur beim Kunden. Man kann es nicht nachstellen. Also das letzte Mal, als es das war, war es auch deswegen, weil der eine alte PHP-Version benutzt hat. Ja. Das war ein PHP-Bug. Der hat 5.3.10 benutzt. Wir haben jetzt 5.3.24. von der 5.3-Serie. Und die 10er-Version hat einen Rundungs-Bug gehabt. Und man kann einfach nicht rausfinden, warum. Und wenn man dann live debuggen will, geht man hier auch nur für Administratoren. Und dann kann man sozusagen sehen, was live passiert, ohne dass es die Kunden mitkriegen. Und die kaufen ganz normal weiterhin einen. Man kann eben schauen, warum reagiert der Shop so. Aber jetzt haben wir hier mit der leuesten Version, mit der D, brauchen wir hier nichts auswählen. Wir haben das jetzt hier geändert mit der Sprache ein ganz bisschen. Hat jemand noch das Problem, dass er den Joomla auf Englisch installiert, auf Deutsch umschaltet und die Produkte weg sind? Bekannt? Nicht bekannt? Nicht drüber gestolpert? Passiert nicht mehr, ja? Gut. Dann sind ja unsere anderen Vollwerks auch schon am Greifen. Vor einem Jahr war das immer noch das Problem, die Leute installieren. Joomla auf Englisch schreiben die Produkte deutscher Text rein. Das System sagt, das ist ein englisches Produkt. Schalten um auf Deutsch und dann sagt er, es gibt keine deutschen Produkte. Und falls das jetzt wieder passiert, dann muss man hier eigentlich witzigerweise nur Englisch auswählen. Dann weiß er, ich nehme die englischen Tabellen, egal, was du mir vorne für eine Sprache verschlägst. Was haben wir jetzt hier noch? Hm. Das ist ja noch relativ einfach. Ach ja, genau. Wozu ist denn diese komische Option da? Nicht eingeloggt, Benutzern erlauben, Empfehlungen zu senden. Und warum ist die ausgeschaltet? Kann sich einer vorstellen? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fies die Menschheit ist, ja. Der lacht schon, der ist jetzt draufgekommen. Die Leute haben einen, ich missbrauche diese Request to a Friend, also ich empfehle dieses Produkt zu einem Freund und ich schreibe dort mein Produkt rein und du als Administrator wunderst dich, warum komme ich auf andere so komische E-Mails, ja. Da werden immer für andere Produkte geworben von meinem Shop. Verstehe ich überhaupt nicht. Das heißt, die haben diese Funktion benutzt zum Spam-Verschleudern. Und dann mussten wir das einbauen, dass man es abschalten kann. Schönes Feature, denkt sich jeder, das ist doch klasse. Ich will doch nicht immer jeden gleich zwingen, sich bei mir einzuloggen, nur wenn er ein Produkt weiterempfehlen will, sagt sich jeder, ja, ist klar. Aber dass das dann zum Spam missbraucht wird, ja, da muss man auch mehr dahinter kommen. Das haben sie natürlich schön gemacht und deswegen kann man das hier abschalten. Beziehungsweise hier anschalten und dieses Abschalten, das gilt für das, eine Frage zum Produkt stellen, das ist nämlich genau dieselbe Tour, können Sie auch machen. Du schreibst eine Frage und schreibst eine andere E-Mail-Adresse rein, als man selbst. Und schon wird diese E-Mail, als Sie haben die Frage an diesen Shop gestellt, zu einer anderen Person geschickt und kann auch als Spam benutzt werden. Verrückt. Deswegen müssen wir diese Option drin haben und das ist jetzt leider so ein typisches Ding, da fällt immer drauf rein. das gilt natürlich auf Preis auf Anfrage anzeigen auch. Das ist die Funktion, dass wenn man keinen Preis eingibt, dass man dann hinschreibt, hier, ich will, wenn euer Produkt interessiert, macht mir ein Angebot. Das gibt es auch sehr oft. Die Leute, die das gar nicht wollen, die wollen gar keinen Preis hinschreiben, weil die sagen sich immer, ich gucke mir erst mal einen Kunden an, ob ich für den was günstiges mache, für einen Tausender oder ob das ein richtiger Kunde ist und dann weiß ich es für 5.000. Also das gibt es. Deswegen haben wir das. So. Das ist sozusagen der Grund, warum es deaktiviert ist. Ich empfehle ja persönlich, wenn man seinen Shop selber bewacht, lass es an, schaust auf deine E-Mails, wenn es einer missbraucht, schalt es ab. Wartest du vier Wochen, kannst du wieder anschalten, kannst du wieder zwei Monate warten, missbraucht es wieder einer, schaltest es wieder ab. Und dann müssen wir halt mal gucken, sozusagen wie viele Leute das von der eigenen eigenen Kundschaft tatsächlich nutzen. Weil jeder hat, also jeder Shop hat andere Leute. Es gibt Leute, die benutzen sowas gerne. Es gibt Leute, die sagen, was ist denn das für ein Miss? Ich will Facebook und nichts anderes. Nee, keine Facebook-Connection. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also wir haben das selber nicht geschrieben, sondern die Leute haben für Virgin Mart diese Facebook-Connectoren geschrieben. Also einfach was installierst, ein Plugin über Joomla und dann machst du den Content, ich glaube es ist ein Plugin, den Content-Plugins für die Virgin Mart-Produkte aktivieren und dann hat man plötzlich diesen Like-Button für jedes Produkt und wenn man auf Like drückt, dann weiß auch genau dann Facebook, was für ein Produkt man bewirbt und so weiter. Das geht mit jeder Standalone-Software an sich auch. Prinzipiell, natürlich. Aber es ist so, wenn man die halt vor einem Jahr gekauft hat oder vor zwei Jahren und da war das noch nicht modern und das ist nicht drinnen, dann muss man warten auf diese Firma in der Regel, bis die was hier geliefert hat. Na ja, Oxid ist in Wirklichkeit viel, viel, viel kleiner, aber das ist Einschätzungssache. Das kommt nämlich darauf an, wo du hinguckst. Also Oxid hat in Deutschland 10.000 Installationen, soweit ich weiß, oder 15.000. Wir haben weltweit 200.000. Größe ist relativ. Kommt auch immer darauf an, was man für Shops hat. Der Punkt, der mir jetzt quasi auf deine Frage zu antworten, du hast gesagt, wenn ein Produkt eben vor einem oder zwei Jahren über die Spreche beispielsweise gekauft worden ist und die keinen Update haben, aber diese Open Source liegen vor allem zum Beispiel in der Gänse, da hast du ja auch Updates, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, es ist, was ich sagen will, ist, dass jemand einen Facebook-Button für Joomla geschrieben hat und der funktioniert dann sozusagen für Wordshamart auch oft. Bei Joomla haben wir halt zwei Millionen Seiten. Das heißt, diese Facebook-Buttons, die werden dir für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Bei Magento kostet dann halt gleich wieder ein Furchziger, weil die halt sagen, wir haben nicht zwei Millionen Seiten, sondern wir sagen mal 100.000, 300.000, 500.000. Das ist auf jeden Fall deutlich weniger und die sagen auch, ja, wir haben ja hier E-Commerce-Leute, die haben ja Geld. Dann kommen wir überhaupt nicht auf die Idee, sowas kostenlos rauszugeben. Guck mal im Chat, da gibt es die Facebook-Button zum Teil, soweit ich weiß, kostenlos schon. Das ist auch so eine Sache, des Preisgefüges. So, wo ist meine Maus? Hier. Was haben wir doch hier noch so für wichtige Sachen, die man immer gerne mit drüber stolpert. Das ist eigentlich, das finde ich jetzt hier eigentlich relativ klar. So, jetzt haben wir hier noch das nächste Ding. Kann ich das hier eigentlich vollbild machen? Oder ist das so vollbild? Das ist schon so vollbild. Okay. Wir haben jetzt hier, das hat leider, das ist zum Beispiel genau solche, das sind so die Nachteile. Da hat jemand gesagt, hier, ich habe den Code, damit man die Templates auch für Joomla 2.5 ändern kann. Dann haben wir den eingebaut. Das hat auch wunderbar funktioniert, abgesehen von den Leuten, die sich professionelle Templates gekauft haben. und vorher, das ist wieder unsere Verteidigung, wir haben vorher gesagt zu den Leuten, lasst hier Standard Joomla verwenden. Dann macht alles Joomla und Wörtchenmatt mischt sich gar nicht ein. Ganz am Anfang haben aber die Template-Entwickler das falsch verstanden und haben gedacht, man muss hier das immer einstellen. Dann haben die hier ihren Kunden gesagt, die sollen das einstellen. Dann gab es einen Fehler. Zwei, der hat das Template gewählt, aber ohne die gewählten Parameter. Weil Joomla 2.5 ja Styles hat und für jedes Template Parameter hat. Ich glaube, es war Joomla 1.5 nicht. Und derjenige, der den Code geliefert hat, den wir getestet haben, dass das Template angezeigt wird, hat alles funktioniert, war alles gut. Aber die Leute, die von diesen Parametern sehr stark Gebrauch machen, die haben an und gesagt, funktioniert nicht mehr. Die Lösung war wieder auf Standard Joomla umschalten, dann ging wieder alles. War also nur in Anführungsstrichen Konfigurationsfehler, aber ärgerlich. Wollen wir natürlich verbessern. Also Qualitätsmanagement ist bei uns sozusagen immer im Fokus, das zu verbessern. dass man da immer also weniger Fehler macht. Aber es ist extrem schwer. Wir haben auch schon Leute gehabt, die Unit-Tests schreiben wollten. Die haben dann immer wieder aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass es so viele Aufgaben gibt für jede Sache. Also es ist nicht so, es ist nicht, es ist nicht so. Wenn es immer nur 100 Kunden wären oder so, dann wäre es einfach. Oder wenn es immer der gleiche Hoster wäre, dann wäre es einfach. Aber es läuft auf 5.2, 5.3, 5.4 und wir kennen einen, der hat sogar Wordshamard auf PHP 5.5 laufen. Das ist schon sehr viel große Bandbreite an verschiedenen Untergruppen. Hier, was man hier machen kann, ist, man kann hier die Overrides einstellen für den Shop. Das kann man auch zum Teil über Joomla machen. Für jede Komponente, für jeden Menüpunkt und so weiter kann man sagen, hier zeigt mir dieses Template an. Das kann man hier anzeigen. Templates. Hier auf zum Beispiel Bies 5. Das ist jetzt standardmäßig dabei. Da kann man hier bei den Menüs sagen, zum Beispiel hier will ich, dass es gezeigt wird oder nicht. Normalerweise hat man jetzt hier nicht nur eine Sache. Moment. Das ist dieses Ding hier oben. Wenn ich hier draufklick, habe ich sozusagen das. Man merkt aber, Moment, wo war ich hier? Man merkt aber, hier kann man nicht nach Kategorien oder irgendwas einstellen. Das geht nicht. Also, wie gesagt, ich habe eine Winterkategorie, da zeige ich ein anderes Template als eine Sommerkategorie. Geht nicht. Man sieht, man hat hier einen Punkt von Joomla. Man könnte jetzt hier noch mehrere Module hinpacken und so, dann hätte man mehrere Punkte von Joomla, aber irgendwie wäre man immer in dieser Joomla-Welt und Joomla kennt keine Produktkategorien. Er kennt Artikelkategorien, aber keine Produktkategorien. Daher braucht man das im Virtual Word selbst. Das haben wir hier. Wir haben hier zuerst mal das Überschreiben für alle Kategorien. Ja? Dann kann ich sagen, okay, wir machen hier, machen wir mal BIS 2. Hier machen wir mal BIS 5. So. Speichern. Jetzt habe ich hier meinen VM-Debug an. Diese Debug-Ausgabe, die ich vorher angeschaltet habe, erklärt habe. Das ist halt sehr günstig für Templators. Da komme ich später noch dazu. Ich mache es jetzt erstmal einfach aus, weil es sonst erstmal nur verwirrt. Genau, bis dahin zeigt er es noch und dann hört er auf. Jetzt haben wir hier unseren Hauptbegrundshop. Einfach das normale Joomla-Template. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ändert sich das Template. Ja, weil ich es gerade eingestellt habe. Ich habe gesagt, alle Templates, alle Kategorien bitte in dem BIS anzeigen. Jetzt ist es so, dass man das natürlich ganz oft wieder sagt, naja, das ist ja schön, dass man das so schön allgemein einstellen kann, aber da, bei dem Temp, da, bei dem Produkt will ich es aber wieder anders haben. Ja? Und dem haben wir natürlich Rechnung getragen. Man hat erstmal hier in der VM-Config, also wenn ich im Forum oder so schreibe, dann nenne ich das immer die VirtualMath-Config, die VM-Config. Soll man hier einstellen, was man für ein Kategorie-Template haben will. Ach, das geht ja wieder nicht. Und hier kann ich jetzt pro Template einstellen, was ich haben will. Die Power-Tools. Hier will ich eigentlich was anderes haben. Da kann ich wieder Shop-Standard und benutzen. Ja? Der zeigt jetzt BIS 5 hier an, weil er, weil ich als Standard BIS 5 eingestellt habe. Wenn ich als Standard irgendwas anderes anstelle, dann zeigt er hier oben wieder gleich was anderes an. So. Nee. Quatsch. Wir haben es auf BIS 5 gestellt vorhin. Stimmt richtig. So ist es. Sorry. Ich habe mich vertan. So. Jetzt stellen wir es hier wieder um und gehen wir mal auf BIS 2 Park-Seite. Gehen wir mal hier auf Hand-Tools. Das ist das BIS, ne? Gehen wir auf Power-Tools. Da haben wir den Park. Boah, sieht schlimm aus. Ist nicht angepasst. Nicht jedes Template passt automatisch. Da würde jetzt schon gleich vielleicht auch nicht so toll aussehen, ne? Deswegen. Aber jetzt nur mal einfach um das Prinzip zu demonstrieren. Wird sich aber gut eignen zum Beispiel für einen Smartphone-Shop. Also einen Shop, den man sich auf Smartphones anguckt. Habe ich vor kurzem jemanden gehabt. Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Vorteil von Virtual Mart übrigens. Ja. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Magento. Gerade jetzt vom Kostenfaktor. Kam mir dann zum Beispiel an und hat gesagt, ach Max, ich habe da schlechte Nachrichten vor. Das geht alles kaputt. Wie? Das geht mit diesen Homepages und diesen Shops. Das geht alles kaputt. Das machen die jetzt alles über das Smartphone. Dann haben die gesagt, ja und? Ich habe das überhaupt nicht verstanden zuerst, was er gemeint hat. Ja warum? Wir haben auf Wordchmark.net ein Responsive Template und das kann man auf dem Smartphone genauso benutzen und das ist dann nicht nur einfach klein dargestellt und ich muss es groß zoomen, sondern der merkt, das ist ein Smartphone und stellt das alles gleich richtig dar, passend für ein Smartphone. Und man kann sozusagen auch über das Smartphone einkaufen. So. Jetzt kommt so ein Shop-Besitzer an, der sagt sich hier, ich habe das jetzt vor drei Jahren gemacht. Der neue Zug, der fährt weg, was mache ich denn jetzt? Dann kann man bei großen kommerziellen Systemen dann erstmal gute Scheine auf den Tisch legen und das passen sie ihm dann an oder er kriegt ein Update oder das Template ist ja meistens immer genau für ihn gemacht. Ja und da muss er praktisch ein ganz neues Template in Auftrag geben. Bei Virtual Mart zum Beispiel kauft man sich ein Template für 100 Euro von U-Theme zum Beispiel das Infinity Template passt es sich an und fertig. Und dann hat man Entwicklungskosten von 500 Euro und nicht von 2000 und dann ist das schon wieder ein Vorteil. Und das liegt halt daran, das Responsive Template wurde nicht für Virtual Mart geschrieben, sondern für Joomla. Und da haben wir zwei Millionen Seiten auf der Welt. Ne, 2,5 Millionen. Ein Viertel aller Regierungsseiten der Welt sind mit Joomla. Also da haben wir sozusagen extrem viel Manpower, die einfach eine reine E-Commerce-Welt nie liefern kann. Es sind einfach so viel mehr Leute dahinter sind, die so viel andere Sachen drüber machen, dass es dann sozusagen erst richtig interessant wird. 10, 46. So. Also man kann es hier auch überschreiben. Dann haben wir hier sozusagen nochmal die Kategorieübersicht-Layout. Standard Produkt Details-Seite-Layout. Da fallen manchmal die Leute so ein bisschen drüber. Das eine ist einfach der View von hier. Das hier. Das, was in den Krocken furchtbar aussieht. Schalten wir mal ab. Schauen wir mal Atomic. Bisschen netter aus. So. Also dieser View hier. Standard Produkt Details-Seite. Das ist, wenn ich jetzt hier auf Circular Sorg klicke und mir die zirkulär, also die Kreissäge anschaue, ja. Dieses Stück hier. Das kann ich damit beeinflussen. Und das kann ich sozusagen wieder überschreiben. Also im krassesten Fall bei der Produkt-Details-Seite, die legt man erstmal in der Wordchmark-Config fest. Dann kann man sie für alle Produkte innerhalb dieser Kategorie überschreiben. Und dann kann man noch beim Produkt selber draufklicken und sagen, nee, aber bei dem Produkt, das ist ganz fies, das hat so ein großes Bild und so und das passt da nicht und ein kleines Bild kann ich nicht nehmen, sonst kommt es nicht raus und ich will das aber so haben, ja, und dann längert der Kunde rum und sagt, ich muss aber und ich will, ja. Und dann sagt man, okay, 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 ich mache für dich ein extra auf, alright? Genau an der Stelle. Wenn man also hier, wenn man so smaller show will, wenn man da draufklickt, kann man hier Produktseite das nochmal überschreiben. Dann ist natürlich die große Rätsel, was listet denn der hier auf? Default, Notify, PDF, ja, wo war das da? Der Rechner läuft ja jetzt auch. Ach ne, jetzt war falsch. Woher hat er denn, wo bekommt er das her? Das sind die installierten Templates und die installierten Styles in Joomla 2.5. Also konfigurierten Styles, so muss man sagen. Und das hier, Kategorie Layout, hat jetzt nur Default und Produkt hat der Default, Notify, PDF. das holt er sich sozusagen live. XXX, oder? Hier aus Components, Converge Mart, Views, hier aus diesen Dingern hier raus, da. Er zeigt aber diese ganzen Unterstrichdinger nicht an, die gelten nämlich als Sub-Templates und die werden nicht angezeigt, sondern nur die echten Templates. Hier, Notify, PDF. Wenn ich jetzt hier so ein Ding nehme und ich kopiere das in mein Override rein, Wer kennt die Templates? Wer kennt die Templates Override-Systeme von Joomla nicht? Wer kennt das nicht? Ihr kennt das alle, ja? Gut. Jetzt ist der Trick, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, als Standard im Shop, das haben wir als Joomla-Standard eingestellt, das ist wichtig, das ist wichtig, bis 20. Er guckt beim Joomla-Standard, ganz wichtig, beim Joomla-Standard-Template nach. Beim Virtual-Template kann er nicht nachgucken, das hat seine Programmgründe, weil das könnte dich ja dann ändern und dann wirst du dann, wenn du beides geändert hast, dann würde du total verwirrt werden. Deswegen nehmen wir das, was Joomla geladen hat. Das liegt auch an Joomla-Framework selber, weil das Framework lädt das Template, bevor wir überhaupt mit dem ersten Controller rankommen. Da hat das schon entschieden. Geht man hier auf BIS 20, HTML, dann macht man hier sein Override. Komm, Merchure-Match. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht vertan. Das hat er richtig gemacht. Jetzt mal extra. Ich muss das also nicht in den Core reinpacken, wenn ich irgendwas Neues erfinde, und ich kann das gleich da unten rein tun. Ich versuche jetzt auch gerade die professionellen, kommerziellen Template-Entwickler so ein bisschen umzuerziehen, in Anführungsstrichen. Also ich schreibe sie nett an und sage ihnen, hey, ich habe da eigentlich folgende Idee, da können wir uns ein bisschen Ärger sparen. Die überschreiben immer gerne das Default. Ich sage zu denen, mach doch einfach neue Templates. Und nicht immer das Default überschreiben. Wenn es ein Problem liegt, können die Leute immer auf die Standardlösung erstmal zurückfallen. Und wenn nicht, dann können sie eure neuen Sachen ausprobieren. Und dann haben wir sozusagen, geben wir unseren Benutzern mehr Wahlmöglichkeit. Also das ist eine unserer wichtigsten Sachen, das ist die Wahlmöglichkeit und die Freiheit. Es gibt auch kommerzielle Systeme, die schreiben den Code bewusst so, also das kommt auch immer wieder bei uns, dass Leute das versuchen zu implementieren, dass sie sozusagen einen Code implementieren, der ist so, dass ich sage, der ist einmal um die Ecke gedacht, bewusst, dass mit jeder, der nicht die Ecke kennt, völlig Schriftbrucher leidet. Das machen wir nicht. Versuchen wir zumindest. Das ist also so straight, klar wie möglich zu schreiben, dass man als Programmierer, entweder gerade Student oder so, oder der jemand, der seit 10, 15 Jahren dabei ist, ah ja, kenne ich, alles klar, der hat das Pattern benutzt, das Entwurfsmuster, das ist bekannt, ich finde mich hier schnell zurecht. Das ist auch uns wichtig, damit eben viele Leute mitmachen, weil Virtual Mart ist nicht ein Projekt von einer Firma eigentlich, oder auch nicht mein Projekt, sondern das ist unser Projekt, wo viele Leute mit gleichzeitig dran arbeiten. Also in dem Virtual Mart 2 haben ungefähr, ja, kommt darauf an, wie man berechnet, bis zu 100 Leute mit dran geschrieben. So, jetzt ist die Frage, wo besteht noch Interesse jetzt hier an diesen Config-Geschichten? Hat da jemand noch Fragen? Zum Preis, bitte. Alles klar, gut. Der Katalogmodus sozusagen. Ja, ich frage auch deswegen, weil jetzt, man merkt, es wird gerade unruhig, es wechselt nämlich hier gerade, und ich würde mir auch noch einen Kaffee nehmen. Dann mache ich mal eine Pause, ja. Das muss ich drücken? Eigentlich nichts. Bis zum nächsten Mal. good times Untertitelung des ZDF, 2020